Hallo, mein Name ist Hamidin. Ich stehe hier auf dem Abenteuerspielplatz über Kassel. Hier können Kinder und Jugendliche spielen und Hütten bauen oder ein Lager machen. Der Eintritt kostet nichts. Der Abenteuerspielplatz Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Hier gibt es viele Tiere. Manchmal gibt es hier auch einen Trödelmarkt. Musik Man kann mit dem Bus 834 bis zum Niederkassel-Kirchweg fahren und dann fünf Minuten zu Fuß gehen. Musik Musik